So, hier haben wir wieder eine Erweiterung für Zombies. Anlegen, zielen, schreien. Zombies, das ist die zweite Erweiterung. Zombie Corps heißt das. Dann hat man hier die Karten. Normalerweise hat man Kartenteile dabei. Bei manchen hat man Kartenteile dabei. Oder andere Zombie-Typen. Oder, oder, oder. Aber bei dem hier sind einfach nur Karten dabei. Zum Beispiel hier, panische Angst. Bewege einen Mitspieler deiner Wahl auf ein beliebiges Jahr. Ein beliebiges deiner angrenzenden Waldkarten-Teile. Ja. Und da hat man hier natürlich auch noch sowas. Der Schlüssel steckt noch. Bewege dich bis zu 10 Felder, anstatt einen Bewegungswurf zu machen. Zombies an deinem Weg musst du normal bekämpfen. Ja. Wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe. Zombies ist ein Spiel, das spielt man entweder mit den anderen zusammen. Oder man spielt gegen die anderen. Opfert die anderen, damit man selber davon kommt. Das Ziel ist halt, vom einen Kartenteil bis zum anderen zu kommen. Oder vom einen Ende bis zum anderen irgendwie zu überleben. Und mit dem Hubschrauber wegzufliegen. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Auch die Erweiterung ist sehr cool. Ich werde euch den Link da lassen, wenn ich es finden sollte. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denne.